aber vielleicht hat es auch hier so ein Nein! Wo ist der IP-Link? Hahaha! Grämmiges! Die Flasche Ich kremm 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 Mal gucken Stopp Ich bagge Stopp Du auch Wer ist der Zaun? Wer ist dieser Zaun? Wer ist dieser Zaun? Wer ist dieser Zaun? Neine Ahnung Grämli, oh blöder Ist das so ein Heubball? Nein, ich bin kein Heubball Wer ist dieser Zaun von mir? Ich bin der Zaun Ich bin der Zaun Grämli, was ist denn noch gestern? Wo ich gesagt habe, bei der Frühe wurde ich mir aufgestanden und habe es auch wieder Sieht Na, hay, hast du das jetzt in den Aufnahmen mal angeschaut? Ich habe mich darunter gestanden, wo hat er Grämli Das ist so was ich Aufm Baum Habe ich nicht so ein bisschen sehen können Ich kann sie nämlich schön rumstehen sehen bei den Öfen Ich als Truhe stehe bei den Öfen rum Mich hat irgendwie erst keiner erwischt Das war so Das war so geil Okay, das ist cool Du musst mal gucken bei den Aufnahmen einfach Beziehungsweise halt einfach das Video anschauen Wenn man mal so die Öfen ein bisschen sieht Ich stehe da als einsam mit Truhe rum Okay, cool Fabian, verpiss dich Deine Mutter steckt nach Kiwi aus dem Halt Ja, also hier war jetzt auch noch keiner bei mir, aber da vorne hüpft einer rum Ich hab jetzt mal ein Nein, weg! Und das ist Fabian Ich werde dich finden, du Arsch Ja, hast du Ich bin nicht so blöd 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 Ich glaub, weil du blind bist, Hermine Nur weil ich ein Arya bin und du neidisch bist auf mich Oha Oh, Leute So aber nicht hier Das hat er gesagt Ja, hoff ich Ich bin schon wieder rausgeflogen Oh nee Oh, das ist doch Ja, der Steve ist auch rausgeflogen Hm Ja Oh, da kann ich Aha, okay Uh, for the win Der Steve Nein, 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 weg da Ich wollte aus der Tür raus, Mann Ich bin mal kurz ein bisschen abgefahren Ich schau schnell in Fritzbox rein Okay 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 Danke, werde ich haben So, ich guck jetzt mal auf die auf die Toiletten Ob da wer ist Ich guck mal auf die Toiletten Weil das ist ja mein Standardversteck Ich weiß nicht mal wo die Toiletten sind Oh oh Da siehst du dann so einen Heuball an so einem Glowstone-Block rumfummeln Der muss so links in das Haus, gerade dann in die Toiletten Wenn du startest, dann ist links einer raus und da musst du rein und da sind die Toiletten Okay Jetzt wird's los Jetzt wird's los Du versteckst dich also gerne in Toiletten Ja 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 Lass drauf, okay Ähm Ist ja eigentlich immer ein Glasblock Nein Ich sitze in Zäune nie Ja Ja Ich hab gefragt, ist hier jemand ein Glasblock? Ich töte diese Zäune nie Ja Mann Bestimmt Ich geh wieder Dinge hier Pferde töten Ist witzig, wie man am offensichtlichsten Versteck nicht gefunden wird Ja, das ist meistens so Ihr findet mich, niemals Niemals Ich bin am Friedhof Aber hier ist keiner Hallo Rolle Hallo Fabi 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 Ey, nehmt euch den Grat Ich bin hier runter Aua Nur weil Fabi und ich uns lieben So Ja, nehmt euch den Grat Also zumindest ist keiner Alter Arschmann hat das Pferd geschlagen Ja, jetzt habt ihr mich doch gefunden Wer ist das Pferd getötet? Wer ist das Pferd getötet? Wer ist das Pferd getötet? Ja Ne, du bist doof Alter, das macht ja Hast du Spaß dazu? Hast du Spaß dazu? Hast du Spaß dazu? So wie kann ich hier oben da Ist doch bestimmt hier so Erstmal ein Pferd schlagen Und nochmal Und nochmal Und nochmal Wir wissen woran es liegt Wir wissen woran es liegt Dass es nicht geht Mit mehr als zwei Leuten Was? Erzähl Es steht im Plugin drin Hast du schon reingeschrieben, ja? Ja, wahrscheinlich dass man nicht mit Da tausend Leuten reingeht Und dann selber seine Punkte macht Ja, wahrscheinlich Schade Das war echt so ein auffälliger Unfälliger Versteck Hallo Flo Hallo Flo Hallo Flo Ich bin hinter dir Hatte meinen Spaß Ach, ich dachte du wärst noch ein Block Flo, hier hat er gegrieved Hier fehlen Blöcke Oh, nee, Flora, du bist ein Glasblock Das ist doch nicht dein Ernst Dann mal eine Rollbank machen, bitte Die steht doch bestimmt an der Glasbank An dieser scheiß Fassade Flo, komm mit Dein Ernst? Ein ähnlicher Glasblock? Flo, komm Nein, Flo, da drinnen Nein, ich bin der Lara-Block Hab ich doch gesagt Ich bin ja noch ne unschuldige Bergbank Ja, ich weiß auch nicht Ich glaub ich weiß auch wo du spielst Ja, ich dachte das wäre der Glasblock Lässt Finde dich, ich werde dich finden Oh Menno, das ist doch echt du Den Lula Du findest mich niemals auf dieser Map-Ralle Ich würde sagen Alle Ich habe ihn noch gewonnen golö Viewers Danke, dass du an mir vorbeigelaufen bist Wo warst du? Du warst trotzdem die hangsw 약간 ich weiß wie Lobby voll war auch nicht nur schweigte Zeit oder 1 Nummer 1 1 2 1 ich bin schon drin der 1 1 0 ja so ich bin auch noch mal genau das in der Hauptbahn ich war der erste so was haben wir jetzt die Reise und 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 die Reise ich mag schon mal auch nicht aber ich bin es trotzdem dort der Stadt genommen ich unterstütze die alte schwimmen und du spielst als einzigste stadt ja ich bin der sieke und du ich vermutlich nicht ich habe das hier noch gar nicht ausprobiert Keine Rolle. Ängelchen und Shenzi fehlen. Einer von beiden kann mitspielen. Das hab ich noch gar nicht gespielt, das Jamboon bis jetzt. Shenzi schreib schnell das Plugin um. Achso. Okay, cool. Der ist zu spät. Nein, ich bin Sika! Und das war schlimm, man. Und ich kann mich nicht verstecken. Das ist doch nie. Der war der Schwamm, der da vor mir gesprungen ist. Wohin? 3, 2, 1, ich komme! Bist du der Sieger? Oh nein! Wer steht links neben mir? Das bin ich wahrscheinlich. Oh, das war Lula? Ich hab mich nicht so ein Schwamm, der gerade kaputt gehauen wird. Ja. Ja, das bin ich. Ara? Ja. Ich seh die Zuge. Ich hab die Zuge. Ich hab die Zuge. Nein, Ara. Ja, ich bin tot. Ist euch nicht schon wieder tot? Ja, dein Ernst? Ey, das ist mein Versteck da. Du bist voll gemein! Du dein Klingel. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Das ist mein Versteck, da hatte ich mich das letzte Mal drin versteckt. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Hier ist ja alles dein Versteck. Ja, das mag ich nicht. Lula, verpiss ich's. Boah, sind da viele. Ich bin groß und tot. Ara, wir machen den fertig, komm, wir machen den fertig. Nein! War wohl das so geil, das Versteck. Das ist aber cool. Also, ich hab das Beste Versteck von dir. Na, Maya, ich kann dich sehen. Juhu. Der unterfällig Kloster noch gar nicht tot. Hm. Barbie, schau. Ja, sehr unlaupt. Der Kloster noch nicht. Was ist mit mir? Lula, ich kann dich auch sehen. Hallo, Lula. Ah, das ist noch klein. Nein! Nein! Mann! Ich hab noch drei Herzen. Wie viele haben wir dir eigentlich gerade zu zweit runtergehauen? Ah. Richtig viel. Wir hatten ihn fast. Komm, Lula, miese Arschbauer. Ah, hier ist noch einer. Ich mach dich auch noch fertig. Oh Mann, ich wollte Fabian finden. Verdammte Scheiße, der Ansatz war gut. Wo sind denn jetzt die alle? Na ja, den killklau ich wieder. Nein, hau ab, du hast schon so. Du bist so'n Arsch, ehrlich. Du kriegst in der Kunde, wenn du jemanden tötest. Und du hast doch schon genug. Was soll das denn? Hey, jetzt war hier ein anderes Ausdruckswein. Ne, was soll denn das? Es nervt. Warte mal aufgerufen. Hast du das? Wo komm ich denn jetzt hier? Ach, da. Reifloch. Mach mal noch einen Kill. Pack dir mal in die Nase, dann siehste, was deins ist. Ja, ich hab schon sieben. Ja, und davon hast du mindestens zwei gespielt. Du weißt gar nicht wie wenig. Davon hast du mindestens zwei gespielt. Ich weiß gar nicht wie wenig. Ne, nur einen. Hey, die Wasserrutsche. Du hast mich sogar geschlagen. Aua. Du hast mich geschlagen. Nein, Flora, nein, 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 Flora, nein. Nein, Flora, nein. Nein, Flora, nein. Ach, jetzt läuft der eine Typ durch mich durch. Ich glaub das nicht. Nein, nein, nein. Hab ich dich. Nein. Oh, der trottelt durchs der. Ach komm. Ara rennt ständig durch mich durch. Ihr seid auch so schön gewesen, wenn mich da oben niemand gefunden hätte. Ah. Hättet ihr dich auch gekriegt, wenn diese behinderte Kraftfreund nicht durch mich durchgelaufen wäre. Tja. Äh, nicht solche Kraftausdrücke bitte, ja. Naja, der Lula ist auch ein Arschkirps. Ja, das war Lula. Arschkirps, ey. Oha. Das sind alle. Oha. Ich hab sie gefunden. Tja. Wo waren die? Die sind hinter dem Bild. Auf geht's ist nicht böse. Da soll grad sagen, ist da nicht einer hinter dem Bild. Wo kann man jetzt wieder hin? Kann man irgendwo hinter das Bild? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinter dem Bild gemacht habe. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinter dem Bild gemacht habe. Wo kommt man hier hinten das Bild? Ich glaub ich hab neun Kills gemacht. Was? Ich bin mal älterlich tötet. Ach, das ist schon vorbei. Ich hab grad voll mit Überblick verloren. Äh, hier. 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 Ich bin auch da. Ich bin da. Was? Ey. Turm, bitte den Turm. Ja, ich glaub wir haben noch gar nicht gespielt heute, ne? Ne, hab ich nicht. Können wir da nochmal Mine spielen, da war ich nicht da. Ne, Mine wird nicht gespielt. Mine ist doof. Ich war der letzte und dann habt ihr mich noch gekriegt. Ey, unfair. Na ja. Lula ist auch ein Hacker. Ich red nicht mehr mit Lula. Oh. Nur weil ich den Kill geklaut hab. Ja, genau. Aber der hätte dich töten können. Ich hab dich nur vor ihm gerettet. Ja, der hätte mich töten können. Ähm, Maya. Baum HD ist ein Hacker. Ne. So viel Gewalt ist nicht gut. Ne. Ne. So viel Gewalt ist nicht gut. Na ja. Nein, jetzt hätte ich den Kill nicht. Kann es sein, dass für den wieder ein Hacker ist, der nicht killt? Ich hab ihn vor dir gerettet. Ich hab ihn vor dir gerettet. Hallo. Hallo. Ich hab mir ja nicht gesagt, dass Flo ein Hacker ist. Oh, hey. Natürlich. Hallo. Ich hab gesagt, Lula ist ein Hacker, weil er alle Kill's klaut. Nicht sicher. Jawohl, der hört sich schon alles, dass er zu verstanden ist. Ach nee. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was mach ich denn hier? Ich muss mal aus F5 rausgehen. Oh, nee. Lula, dein Ernst? Was? Ich bin mit einem anderen Shuttlecut. Ja, John. Geh, geh ruhig. Was? Was mein Ernst? Ja, ich geh. Ja, wir können damit leben. Geh ruhig. Ja komm, verlass uns halt. Dann geh halt. Ja, geh doch jetzt. Jetzt geh doch einfach. Ja, tschüss. Dann switch aber nicht die ganze Zeit. Oh mein Gott. Hm. Ne, dann switch aber nicht die ganze Zeit. Oh, jawoll. Ich muss nicht jetzt hier Revli. Ich muss da. Jawoll. 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 Ey Grämlich, glaub du bist tot. Ja, so wie immer. Ja, das glaub ich auch. Nur so ne Verlustung. Voll. Ich weiß nicht, was stimmt, aber ich dachte eigentlich, dass du umstorben müsst jetzt gerade. Wer denkt, dass er denkt, dass er gedacht hat, wer denkt zu viel. Was? Alles weg. Rolle, du solltest nicht das tun, was du nicht sagen. Um über diesen Satz nachzudenken, das ist schon allein zu viel. Zum Denken. Also wenn du denkst, was du denkst, dann denkst du. Was ich denkst. Keine Ahnung. Und das Essen? Ne. Loh lach nicht so blöd. Boah, hab mich bei den Turm runtergefallen. Nein, 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 nein. Hör auf. Check ihn nicht. So, also hier war noch ganz klar. Ich bin auch fair. Nein, 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 nein. Chris? Der ist im anderen Channel. Ach, der ist ja im anderen Channel, okay. Das hab ich ja nicht mitgekriegt. Nein, mein Holzwert ist gleich kaputt. Ich bin auf jeden Fall nochmal ein Moosstein auf derselben Karte hier und ich hab wieder das gleiche versteckt ja ehrlich an allen die gleiche Textur haben die einfach in mich reinlaufen diese Frechheit was glaubst du eigentlich wer du bist ich bin runtergefallen aber bis jetzt kam noch keiner und jetzt sagen sie einfach und dann sind sie schwanger Glitzerin geh weg bis jetzt nein du hast ja keine Antwort scheiße die Versuche gehst jetzt sofort weg Glitzerin boah verpies dich verpies dich einfach echt mal geh doch einfach so Leute an die Ausdrucksweise bitte du musst doch nichts sagen danke du Hintern mit Ohren du und das heißt dann du Ornanierer und nicht du Wichser Erolle du bist also du Hintern mit Keks äh du Hintern mit Popolo ich hab grad so viel Angst es sind so viele Seeker grad da ich finde den Flo ich werde ihn finden Flo ich werde dich finden ohhhh versteckt nicht jemand eigentlich auch im Turm ne die sind schon alle tot ich seh auf jeden Fall schon mal deinen Namen ich seh ne Werkbank auf dem Turm ich seh ne Werkbank auf dem Turm dann bleiben ja dann lauf doch hin Ralle tschüss ahhh duuuu lauf weg nein ich sterbe jawoll wie cool und er läuft er kommt wieder er kommt wieder er kommt wieder er kommt wieder und er ist total ich bin nicht selber ich bin nicht selber alter jetzt gar aus duu ich hatte mich angefühlt warte warte ich komm runter das macht die Sache einfacher ah ne alter glüh äh das war ein One-Hit ja ich weiß hab ich dir nicht Alter alter ich muss dir aber auch einen vertast haben ich hab den gekillt Flo ich muss dir doch auch einen vertast haben von hinten achja stimmt ich hab dich ja von hinten versucht zu erledigen ja von hinten aha hallo 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 Fabi wo bist du ja der macht's gern von hinten der Halle anscheinend hallo 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 ich mag mich gern von hinten fragt heifi oh ne da oben ist ein Ofen ich weiß wo ein Ofen ist aber ich komm in den Ofen du kommst wieder zu mir dann die Warte ich komm auch mal ein bisschen runter oh ich bin noch oh ich bin runtergefallen oh aber ich weiß jetzt wo einer ist aber ich weiß jetzt wo einer ist ich weiß wo einer ist den haut der Ofen ich weiß wo der Ofen wenn das letzte ist was ich tue aber den klopp ich da runter eiii ähm ich weiß wo du bist wenn du das warst die ich da gesehen hab jetzt hätte man nicht treffen können da bist du ja wie schlimm nein ich hab's überlebt ich hab's überlebt da oben äH oh Na heiße Jaha JAAAA w recovery Hehehe Hehehe Kati wir haben eh keine Zeit mehr 남 1-1 und die ist im Workband Nein ich bin im Workbandoline und ich stehe die ganze Zeit hier aufs Rand voll geil oh man wait hand Ralle sieht mich die ganze Zeit hehehe oh oh Das gibt so nicht Das war's für heute.